So, Willkommen zurück! So, ich geh mal wieder Aktifakt Ganz unauffällig Hä? Ich dachte, ich war eingesperrt Oder? Denke ich jetzt schon Na ja, egal Haben wir auch nicht alles kapiert So, wieder die ganzen Kisten unterhauen Und ein Treffen So So, und weiter gehts Das ist nur gut Ach, da brauch ich wieder den Staubsauger Na dann guck mal her Weil da oben haben wir wieder einen Knopf zum Aktivieren Ja, dann doch mal in der schon mal die Kisten weg Na da, Fimo Äh, gehen wir los, Fimo So So Und jetzt rüber Stell vorbei Und der Rest ging also Jaa Macht schon Acht Jaa So, 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 so So, so So Und schon drüber Und schon drüber Oh Verstoßen Ähm Ähm Ah Ah Au Kommt der jetzt an? Tatsächlich der kommt Und bleibt Und bleibt da stehen Und machen halt mit dem Löse liegen Und da ist nur einer Denkung Auf ihn Oh, der schaut immer zu mir, oder? Ja Der schaut immer zu mir Halt dann Fangen wir mal da in mir Ah, ok Der war da wo es zum Schmeißen Wieder zurück Der bleibt da noch stehen Ok Und dann auf ihn Perfekt Kriege wieder Lebensenergie Ah, ich glaube ich müsste einfach bloß den Knopf da drücken Und dann Dann Warte der Wand Also Boden Kann ja da rein Alles einfach so Begreisen Alles aufsammeln Und weiter geht's Der Und dann Die Du Lass Deine Lass Boah, das geht vielleicht ganz schnell. Boah, wird immer schnell da. Und wieder Level geschafft. Wieder drei Kisten fahren wir. Ach ja. Okay, ich mach da wieder Schluss. Bis dann. Tschüss.